Die Arbeit macht vor allem spannend, dass wir auch viele Projekte haben. Ein grosses Projekt ist jetzt gerade das Hit 2020 und die Prozesse standardisieren und zentralisieren. Ich bin Blanka Rittler. Ich bin Applikationsverantwortliche für das SAP und betreue den Finanzbereich. Bei uns im Team ist es sehr kollegial. Wir haben ein super Klima untereinander. Wir gehen zusammen joggen. Wir gehen zusammen in die Gruppe Fitness. Und wir machen auch viel privat. Wir haben jedes Jahr ein Mitarbeiterfest und das ist immer sehr toll. Für mich zeichnet sich eigentlich die Hirslande uns als guten Arbeitgeber, weil man als Individuum wahrgenommen wird. Man ist kein Rädchen eines grossen Getreibens, sondern wirklich ein Individuum. Ihr würdet euch freuen, genau über deine Bewerbung. Also bewirb dich jetzt! 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 Vielen Dank.